Und damit Willkommen zu Disney Speedstorm Genau, wir spielen auch mal als Let's Play jetzt Ab und zu mal ein paar Rennen Habe ich ja schon länger vorgehabt Habe es aber noch nie gemacht Wir haben einige Streams gemacht, ja Aber das soll sich jetzt ändern Schön zusammengeschnitten Alle Rennen trotzdem in voller Länge gezeigt Also es werden einfach alle Ladezeiten Unnötigen Sachen rausgeschnitten Und sonst das Rennen bleibt Und ich würde gerne dieses Let's Play in Anführungsstrichen Nutzen, um über ein paar Themen reden zu können Heute habe ich jetzt noch nichts Besonderes bereit Aber ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben Was euch so interessiert Und da können wir uns gerne das nächste Mal Drüber unterhalten Aber ich finde, Disney Speedstorm kann man immer mal wieder spielen Andere Leute machen ja so ein Format auch Aber die spielen da eine Mario Kart Und ich wollte jetzt nicht jeder Lackaffe Mario Kart 8 Deluxe Durch Let's Play Dann spiele ich lieber was Neues Wo wir auch immer wieder mal ein paar neue Seasons bekommen Wir spielen jetzt zur Zeit auch gerade nicht online Aber wir werden das natürlich Abwechslend spielen Zur Zeit spiele ich hier den Season Pass Ähm Aber wir ändern das auf jeden Fall noch Also wir werden da ein bisschen abwechselnd reingehen Also ein Part online, ein Part offline fahren Also dass wir immer trotzdem ein bisschen leveln im Season Pass Das ist ja immer auch das Ziel Und das war doch eine schöne Runde Ich würde sagen, gleich geht's weiter So, dann kommen wir auch schon zu der neuen Season Wo es um Frozen geht Hier haben wir Elsa Und ich habe keine Ahnung was die macht Weil die neue ist So wie die Strecke auch So bin ich auf jeden Fall mal gespannt wie die ist Auf jeden Fall fühle ich mich extrem langsam Weil wir gerade eben einen höheren gelevelten Charakter gefahren sind Aber, okay, was macht die Rollt? Einen Eisstrahl nach vorne Ah ja Hä, wie lange bleibt denn der an bitte? Holy Shit, der bleibt da richtig lange an Dann machen wir direkt wieder ein neues Schild an Okay, aber ich finde die Strecke bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schön Also die ist Finde ich sehr, sehr gut Gelungen auch Muss man An der Stelle mal, äh Erwähnen Doch Mag ich Mag ich, mag ich, mag ich, mag ich Man hört auch das Let it go lead, oder? Nein, das, wo die an die Tür klöpfelt, glaube ich Ist das, ne? Was ist, wenn ich die Ult gedrückt halte? Mag ich irgendwie so ein Eisfeld, oder was ist das? Aber wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke Gefällt mir Doch, nice Oh, direkt nochmal eingefroren Okay, aber ich will jetzt mal gucken, was die macht, wenn man es nach hinten macht Ah, so eine Eiswand ist es Alles klar Ja Das ist auch nicht so eine leichte Strecke Also Schon sehr, sehr viele Kurven in der Strecke Diese Eiswand ist eigentlich ziemlich nice Aber ich weiß gar nicht, welche Klasse sie überhaupt ist Ist sie Verteidiger, oder? Oder ist sie Vielleicht schon sehr viele Schilde So, jetzt fahren wir mal da drüben lang Gut, da kommt man aber auch hoch, oder? Ja Vielleicht mal unten lang gehen sollen Ah, da wäre man hier rechts rausgekommen Ja, gut, okay Jetzt fahre ich auch hier lang mal Na gut, das ist irgendwie einfach nur die Schwierigere Naja War aber eine coole Strecke Doch, gefällt mir, nice So, als nächstes haben wir die Aladin-Strecke Schauen wir mal, was die so zu bieten hat Weil die ist ja auch relativ neu Aber die habe ich schon mal gefahren Also die ist nicht komplett blind Die kenne ich Zumindest ein Stück Oh mein Gott, meine Bombe hat drei Leute weggeballert Das ist natürlich sehr, sehr schmackhaft So, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen schönen Start ins neue Jahr gepackt habt Äh, ich auf jeden Fall Ähm Mit viel zocken und jetzt auch wieder mit Let's Plays Ähm, die ich ja sehr vermisst habe Aus privaten Gründen Und so weiter Gab's leider keine Videos mehr Aber das soll sich jetzt ändern Vorerst zumindest Ich habe auf jeden Fall Bock wieder einiges zu Let's Plays Und natürlich dann auch zu streamen Was ja auch schon lange Gewünscht wurde Aber ich habe einfach nie Zeit gefunden Das ist so das Problem Aber Jetzt wieder ein paar Videos aufnehmen Da habe ich einfach wieder Laune Also da kann man wirklich Keinsterweise Sich beschweren So Und auch diese Strecke kann man sich nicht beschweren Äh Sehr geil Finde ich cool Auch dass man hier in diese Schatzhöhle reinfährt Und es so ein bisschen magisch rüberkommt Finde ich schon ganz geil So Wir können natürlich auch mal Community Rennen machen So ist es ja nicht Mein Disney Speedstorm ist gratis Ähm Da lässt sich vielleicht was einfädeln So Let it go Mit Anna Und wieder Der Frozen Strecke Jetzt haben wir das Lied Let it go Mal schauen Jetzt fahren wir auch glaube ich Einen anderen Kurs Also bei Disney Speedstorm ist es ja so Dass es eine große Map gibt Aber die Wege dann immer Geschlossen sind Oder Man halt andere Wege Oder rückwärts Oder wo auch immer rumfährt So Sagen wir es auch das letzte Rennen dann Ich glaube mit vier Rennen Sind wir eigentlich immer Zimmer gut Auf der guten Seite Dann sollten wir so bei Zehn Minuten sein So was ist deine Ult Ich habe keine Ahnung Ah doch Ich glaube Was ist die andere Ult Okay Das weiß ich auf jeden Fall nicht Aber ich glaube das andere war Boosten oder Das normale ist Boost Aufladen Oder Ich habe keinen Plan Also ich habe wirklich gar keinen Plan Schreibt mir das gerne In die Kommis Wenn ihr es wisst So Aber ich finde den Soundtrack hier auch wieder sehr sehr passend Und Daisy da scheint auch neu zu sein Auch hier mit den Eiskristallen Da hatte ich so viel Driften Irgendwie bremst es so ab Wenn man die Charaktere so Die nicht gelevelt hat Ist richtig schlecht So Und man fährt ja auch in den Palast rein Jetzt fahre ich mal oben lang Heute waren wir ja unten oder? Ja Auch hier mit den zwei Wegen Erinnert mich zwar ein bisschen an Mario auch Aber Aber Hat mir sehr gut gefallen Ich hoffe euch hat das Video gefallen Eben schreibt mir gerne Sachen In die Kommis Über wie wir reden sollen Lasst gerne ein Like da Ciao Ciao Ich freue mich Bis zum nächsten Mal.